Malzeit Leute, vier Dinge will ich heute mit euch besprechen und zwar soll es einmal um das neue Update gehen, was für Änderungen gab es da, was ist dieses Wartungsschild und wann wird es aktiviert, damit ihr da auf den Laufenden seid. Dann will ich mit euch natürlich dieses neue Schneemann Event durchgehen, so will ich es mal nennen. Zu guter Letzt will ich dann mit euch nochmal auf die Events eingehen, das heißt ich will euch sagen, was jetzt vor Weihnachten und während Weihnachten noch alles für Lords Mobile Events auf euch zukommen, damit ihr da so ein bisschen den Überblick behaltet und ich werde natürlich auch noch sagen, was ich für Videos dann jetzt bis Neujahr noch raushauen werde und ja, was ihr dann auf diesen Kanal für dieses Jahr dann noch erwarten könnt. Diese vier Sachen werden wir heute in dem Video besprechen. Wir fangen auch mal direkt mit der ersten Sache an und zwar den neuen Update. Zum Update schauen wir uns natürlich wie jedes Mal die Update Nachricht an, die von Lords Mobile bzw. von IGG hier immer an uns gesendet wird. Wir haben jetzt hier Winter Traumland, das heißt die Landschaft wurde ein bisschen verändert. Man kann jetzt Schneebälle durch tägliche Einlogbelohnungen, Solo-Höllen-Events, Königreichs-Clash, Töten von Monstern usw. bekommen. Darauf werden wir gleich eingehen. Wir werden auch gleich schon mal ein paar Schneemänner oder Schneebälle besser gesagt sammeln, damit ich euch das mal ein bisschen zeige. Nachdem 30 Tage dann abgelaufen sind, wird das Gebiet wieder sein normales Aussehen bekommen. So, das ist aber nicht das Interessante von diesem Update, denn das ist ja einfach nur ein normales Event, das ist ja jetzt so gesehen kein wirkliches Update. Sondern das Wartungsschild ist jetzt hinzugekommen. Da gab es ja auch immer sehr viele Komplikationen nach Notfallwartungen. Das heißt, wenn etwas ganz schnell verbessert bzw. wieder neu hergestellt werden musste, mussten ja unangekündigte Wartungen immer kommen in Lords Mobile. Das war ja des Öfteren. Und da wurde ja der ein oder andere genullt, musste sich dann stundenlang mit dem Support auseinandersetzen. Viele haben dann auch ihre Truppen wiederbekommen, viele aber auch nicht. Und da hat sich IGG anscheinend jetzt mal eine Lösung überlegt, wie das ja vermieden werden kann. Und die werde ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Das hier, der erste Satz, ist ziemlich unwichtig. Hier über das Wartungsschild. Wartungsschilde werden automatisch aktiviert, aber nur während ausgewählter Wartungsphasen. Das bedeutet, ich glaube, damit ist gemeint, dass es nur beim Notfallwartung so aktiviert wird. Das heißt, wenn eine angekündigte Wartung oder ein angekündigtes Update, was jetzt, sage ich mal, heute angekündigt wird und in zwei Tagen ist die Wartung bzw. das Update, dann musst du selber dafür sorgen, dass du ein Schild hast. Das ist natürlich auch, das finde ich nicht schlimm. Ich meine, wenn es zwei Tage vorher angekündigt wird, dann kann man auch selber daran denken, dann sechs Stunden vorher irgendwie ein 24-Stunden-Schild oder vielleicht sogar ein 3-Tage-Schild zu zünden. Das ist ja kein Problem. Also das wird nur für Notfallwartungen sein. So, die zweite Information, die wir hier erhalten, ist die Wartungsmitteilung, die beim Einloggen zu sehen ist, zeigt an, ob ein Wartungsschild aktiviert ist oder nicht. Das bedeutet, wenn eine Notfallwartung kommt und du versuchst, dich einzuloggen, stand ja dann sonst immer Wartung blablabla bis blablabla. Und jetzt wird dann wahrscheinlich das immer noch da stehen, aber auch dort stehen, wie lange dein Schild gehen wird, damit du weißt, okay, nach der und der Zeit müsste ich mal wieder on kommen, weil dann wird mein Wartungsschild weg sein. So, die Wartungsschild-Dauer. Jedes Wartungsschild kann eine unterschiedliche Dauer haben. Die genaue Dauer wird auf der Wartungsmitteilung angezeigt. Haben wir ja jetzt hier schon aus der zweiten Information bekommen. Wenn du dich ins Spiel einloggst, während dein Wartungsschild noch aktiv ist, wird dein Wartungsschild für weitere 5 Minuten aktiv bleiben. Das bedeutet, das Wartungsschild wird jetzt nicht 24 Stunden gehen, du loggst dich ein, kannst dich wieder ausloggen, sondern aufpassen, nachdem der Server wieder funktioniert und du dich eingeloggt hast, natürlich ein neues Schild zünden, wenn du ein Schild haben willst. Wenn dein Gebiet sich im Wunderland befindet, wird dein Wartungsschild sofort deaktiviert, nachdem du dich eingeloggt hast. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du, auch wenn du im Wunder oder in diesem Wunderwald bist und du hast dich noch nicht eingeloggt, hast du aber ein Schild. Das heißt, auch wenn du im Wunderwald stehst, kann man dich nicht angreifen, während einer Notfall, also kurz nach einer Notfallwartung, je nachdem, wie lange das Schild dann halt geht. Das ist auch, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Dein Wartungsschild geht verloren, wenn du Truppen oder Helden entsendest, während das Schild noch aktiv ist. Also dafür musst du ja selber auch online sein und wenn du online bist, ist es ja auch nicht so schlimm, wenn dann auch dein Wartungsschild weg ist. Ja, dann hier Wartungsschild-Effekte. Gefangene Anführer werden nicht freigelassen, du kannst keine Verstärkungstruppen oder Garnisonstruppen erhalten. Der Wartungsschild wird aktive Schilde nicht überschreiben. Wenn dein Wartungsschild aktiv ist, werden Armeen außerhalb deines Gebiets und so weiter und so fort zurückgeschickt. In dein Gebiet zurückgeschickt, dies beinhaltet nicht Truppen in Lagern, Dunkelnistern, Sammlungen, Jagdgesellschaften, Troste oder geflohene Anführer. Ja, also der Zimpf ist einmal durchgegangen, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Auch für IGG selber, denn nach so Notfallwartungen haben die bestimmt immer 10.000 Nachrichten bekommen und das ist wahrscheinlich nicht mal gelogen von der Zahl her, wenn man jetzt im internationalen Bereich komplett sieht. Ja, ich habe jetzt meine Truppen verloren wegen eurer Wartung. Ich konnte nicht onkommen, weil als eure Wartung gestartet ist, musste ich zur Arbeit und so weiter und so fort. Jetzt bin ich genullt und die mussten dann halt immer versuchen. Die müssen das ja immer dann für jeden Fall, für alle 10.000 Fälle, müssen ja dann in ihre Serverdaten gucken, ob das wirklich so ist. Sonst könnte er es ja einfach behaupten und kriegt dann irgendwie 2 Millionen T4 wieder, obwohl er die gar nicht verloren hat. Das heißt, sie muss dann 10.000 Fälle Stück für Stück durchgucken, was sie zum Teil auch gemacht haben. Weil ich selbst bei mir welche in der Gilde habe, die dann auch ihre Truppen zurückbekommen hatten, wo das mal passiert war. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber sie scheinen sich da zumindest halbwegs immer bemüht zu haben. Und das ist für uns selber natürlich sehr, sehr kacke, weil viele von uns sind ja auch immer wach geblieben bei Notfallwartungen, weil sie wussten, okay, wenn ich jetzt schlafen gehe und die Notfallwartung ist um 3 Uhr beendet, dann bin ich wahrscheinlich genullt. Und sowas wird dann wahrscheinlich nicht mehr zustande kommen, je nachdem wie lange diese Wartungsschilder dauern. Aber ich denke mal schon, dass die ein paar Stunden über die Wartung hinaus gehen. Vielleicht so 8 Stunden, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Wartungsschild 8 Stunden über die Wartung selber hinaus geht. Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Neuerung. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare und jetzt kommen wir mal zum neuen Schnee-Event. Kommen wir zum aktuellen Spezial-Event, was stand jetzt, wenn ihr das Video seht, 12 Tage gehen wird. Kurz, falls ihr euch wundert, dass es eine andere Location als sonst ist, sonst bin ich immer da gewesen. Da ist jetzt unser Mordstannebaum, den ich gestern mit meiner Freundin aufgebaut habe. Das heißt, ich wurde von unserem Tannebaum verjagt und muss jetzt hier halb in der Küche die nächsten 2-3 Wochen Videos machen. Nur, damit ihr euch nicht wundert, ich bin nicht schon wieder umgezogen. Aber der Tannebaum war anscheinend wichtiger als meine Videos. Tja, deswegen sitze ich jetzt hier. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen ja über das neue Event reden. Wie schon gesagt, 12 Tage wird das gehen. Bis zum 1.1., also bis zum Neujahr. Der erste Teil des Events mit diesen Schnee-Bällen wird 7 Tage gehen, bis zum 2. Weihnachtstag, 26.12. Ihr könnt diese Schnee-Bälle, haben wir gerade schon bei der Update-Nachricht gesehen, durch die täglichen Einlogs bekommen. Dann durch Solo-Höllen-Events, durch KVK und durch Töten von Monstern. Werden wir uns gleich aber auch nochmal kurz ansehen. Schon mal hier vorab, jeder kann diesen Schneemann bis Stufe 3 auf jeden Fall in diesen 7 Tagen schaffen. Das ist ein Event, was Free-to-Play, Pay-to-Win-Spieler alle gleichversammt Locker abschließen können. So, kostenlose Schnee-Bälle erhältst du fürs Einloggen 20 pro Tag für 7 Tage. Das heißt, 140 hast du alleine nur dadurch, dass du dich einloggst. Ich glaube, insgesamt braucht man, ich weiß gar nicht, knapp über 200. Werden wir uns gleich zusammenrechnen. Ja, ansonsten wird der Arktis-Delfin kommen, den kannst du dann halt beschwören beim Gildenduell. Das werden wir uns dann nochmal anschauen, wenn ich über die kommenden Events gleich im dritten Teil des Videos rede. Und ansonsten vom 27.12. bis zum 01.01. haben wir dann wieder das mit den mehrfachen Gilden-Münzen. Ja, was auch ziemlich geil ist, gerade für die, die immer aus Siedlungsrollen und so weiter sparen, ist das natürlich eine feine Sache. Das ist jetzt hier, so, mal kurz, Entschuldigung, kurz angeschnitten, das neue Spezial-Event hier zum Winter. So, hier, ich habe es extra noch nicht eingesammelt. Meine erste Einlog-Belohnung hier, 20 Schnee-Bälle kriegen wir jetzt, okay, kriegen wir jetzt halt die nächsten Tage immer. So, jetzt rechnen wir uns das mal zusammen. Wir brauchen hier 80 plus 125, haben wir 205. Plus nochmal 60 sind 265 Schnee-Bälle braucht man, um diesen kompletten Schneemann hier fertig abzuschließen. Zumindestens sein Event, seine dritte Stufe. Jetzt kriegt man allein durch Höllen-Events, habe ich glaube ich gerade gesehen, so circa 18 Stück. Schauen wir uns das jetzt hier mal an. Okay, das ist jetzt auch ein etwas schwieriges Höllen-Event, da kriegt man sogar mehr als 18, würde man jetzt hier 20 kriegen. Dann kriegt man durch Solo-Events, Solo-Events schließt man schon manchmal aus Versehen ab. Wenn ich jetzt hier meinen Monster, meinen Monster, sage ich schon, meine Soldaten-Training beende, meine normale Warteschleife, habe ich jetzt hier schon direkt wieder 5 Schnee-Bälle. Dann durch Monster-Jagd, kann ich nochmal zeigen, kriegt man die auch. Also wer dieses Event wirklich nicht schafft abzuschließen, diese 265 Schnee-Bälle, wo man schon alleine, hier kann man auch Schnee-Bälle bekommen, wo man schon alleine 140 Schnee-Bälle dafür bekommt, dass man sich nur einloggt. Also wer dieses Event nicht schafft, der ist wirklich inaktiv. Da kann sich jetzt niemand beschweren. Ich weiß nicht, wie die Belohnungen sind, ob die jetzt mega gut sind. Ich habe gesehen, glaube ich, bei Stufe 2 kriegt man ein paar mehr Beschleuniger, ich glaube, 3 Stunden Beschleuniger und man kriegt für den Begleiter so ein bisschen XP. Also jetzt nichts Besonderes, Stufe 3 habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, das Event ist gerade fisch am Laufen, aber ja, 10 Uraltbücher ist ja schon mal was. Vielleicht gibt es bei Stufe 3 dann noch etwas Größeres, aber dieses Event, Leute, das kann wirklich jeder von euch schaffen. Einfach ein paar Monster jagen, ab und zu mal das Solo-Event abschließen. Und auch wirklich nicht vergessen, täglich einzuloggen. Dann habt ihr den Schneemann auf jeden Fall spätestens in 4-5 Tagen, dann fertig. So, ich weiß auch nicht, wie viele es dann beim KVK dann letztendlich gibt, wie viele Schnee-Bälle. Aber auf die seid ihr auf jeden Fall nicht angewiesen, wenn ihr ein paar Monster jagt und ein paar Solo-Events abschließt. Und das kann wirklich jeder Free-to-Play-Spieler schaffen. Das Gute ist ja sogar bei diesen Solo- und Höllen-Events, wenn man jetzt ein kleinerer, neuerer Spieler ist, der erst Burg-Level 17 oder Burg-Level 20 oder so ist, da sind die Solo- und Höllen-Events ja auch noch leichter. Die skalieren ja mit dem Burg-Level. Deswegen wirklich für jeden Mann machbar. So, kommen wir zu den kommenden Events, die euch jetzt noch vor und während Weihnachten in Lords Mobile erwarten. So, wir haben jetzt hier auch direkt alle Events so ziemlich beisammen. Hier in der Event-Leiste zusätzlich zu dem Spezial-Event, was ich ja gerade vorgestellt habe, erwarten uns noch Gilden-Showdown. Dann Königreichsjäger bzw. Königreichs-Clash-KVK. Das Vierer-KVK, das, wie ich finde, beste Event, was es in Lords Mobile gibt. Dann haben wir in einem Tag auch das Gilden-Duell, dort wo man die ganzen Monster beschwört. Zusätzlich wird natürlich am Montag direkt an Heiligabend auch das Gilden-Event wieder beginnen, wie es immer nach dem KVK so ist. Ich glaube nicht, dass IGG da auf uns Rücksicht nimmt. Ja, das sind so die Events, die uns erwarten. Wir haben das Spezial-Event, was momentan läuft. Wir haben den Gilden-Showdown, wo jetzt gerade die Anmeldephase ist. Wir haben in einem Tag dann gleichzeitig mit dem Gilden-Showdown auch das Gilden-Duell, was beginnt. Das heißt, wir können dort dann diesen komischen Arktis-Delfin oder wie man den auch immer schimpft, den wir gerade bei dem Spezial-Event gesehen haben bzw. uns das durchlesen konnten. Den können wir dort beschwören. Dann haben wir in zwei Tagen und ein paar Zerquetschten den Königreichsjäger-Clash oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Ich nenne es einfach Vierer-KVK. Und Heiligabend beginnt dann natürlich wieder das Gilden-Event. Ist alles sehr, sehr viel. Welche Videos erwarten euch jetzt hier zum Schluss des Jahres im Jahr 2018 noch auf dem Kanal AppGaming? Zu Anfang sei gesagt, ich werde natürlich auch im Jahr 2019 noch Videos machen. Dafür macht mir die Sache hier einfach viel zu viel Spaß. Und solange ich privat noch ein bisschen Zeit habe, ab und zu ein Video zu machen, werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Ich denke, ich werde dieses Spiel noch mindestens zwei Jahre spielen. Ich sehe zumindest momentan keinen Grund, warum das nicht so sein sollte und ja, warum nicht weiter auch Videos machen. So, als nächstes, was ich auf jeden Fall noch vor dem Jahreswechsel in Angriff nehmen möchte, ist ein Video über alle Pay-Helden. Das bedeutet hier Dunkelpriesterin und so weiter. Wirklich alle Pay-Helden insgesamt. Ich weiß gerade nicht, wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt so knapp über 20. In diesem Video werde ich mit euch alle Pay-Helden einmal durchgehen, was für Boosts die haben, wie nützlich die sind und natürlich auch wie teuer. Das heißt, wie teuer ist das für euch, die mit 5 Euro Paketen auf Gold zu kriegen. Und zum Schluss werde ich euch dann meine Top 5 Pay-Helden nennen, die den besten Kosten-Nutzen-Faktor meiner Meinung nach haben. Das heißt, da werden auf jeden Fall keine 12.000 Euro-Helden in diesem Top 5 vorkommen. Das wird, denke ich mal, jedem klar sein. Aber das Video will ich auf jeden Fall noch von Angriff nehmen und das wird auf jeden Fall noch vor Neujahr hochgeladen. So, zusätzlich will ich natürlich auch einige Dinge zum KVK aufnehmen. Ich habe ja da immer eure Schimpf-Mails erhalten, dass ich zum KVK nie viel wirklich aufnehme. Und das habe ich mir mal zu Herzen genommen. Ich habe mir so als Ziel gesetzt, diesen KVK so mindestens zweieinhalb Stunden, drei Stunden was aufzunehmen. Und da dann so ein, zwei Videos für euch zusammenzuschneiden mit geilen Zähnen, die euch dann hoffentlich auch so wie die letzten Trap-Videos und so weiter unterhalten. Das werde ich auf jeden Fall im Angriff nehmen und noch vor Neujahr dann auch für euch hochladen. So, was viele, denke ich, sich auch fragen ist, wird es ein Weihnachtsspecial geben? Da habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar will ich für euch jeden Tag, das heißt am Heiligabend, am Dienstag, am ersten Weihnachtstag oder am Mittwoch, am zweiten Weihnachtstag ein Video hochladen. Dieses Video soll ein bisschen Solo-Angriffe sein, hier mit meinem Account KingCorega. Das heißt, ich werde in ein anderes Königreich wechseln und dort ein bisschen angreifen gehen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern ich will in diesem Video auch ganz besonders auf Fragen von euch eingehen. Und auch so andere Dinge machen wie Labyrinth und so weiter und so fort. Also es soll ein buntes, gemischtes Video sein. Und genau so sollen dann auch alle drei Videos aussehen. Also das an Heiligabend, das am ersten Weihnachtstag und das am zweiten Weihnachtstag. Angreifen, Fragen beantworten und so ein bisschen Lords Mobile Shit nebenbei. Wie könnt ihr mir Fragen stellen für diese Videos, damit ihr mit euren Fragen in diesem Video vorkommt? Das Video für die Weihnachtstage oder die Videos für die Weihnachtstage werde ich am Freitag aufnehmen. Am Freitag habe ich frei. Das heißt, ich werde mich den ganzen Tag hinsetzen und Videos für euch produzieren. Und das bedeutet, ihr könnt mir dann ab Donnerstagabend und Freitagmorgen, Vormittag und Nachmittag die ganze Zeit Nachrichten schreiben. Hier auf dem Kanal KingCorega. Die Nachrichten sollten beinhalten, einmal entweder, wenn ihr eure Gilde vorgestellt haben wollt, dann sämtliche Informationen zu eurer Gilde. Was sind die A4s, was für Aufgaben haben die, was sind eure Ziele, welche Events sind für euch am wichtigsten und so weiter und so fort und Regeln. Wenn ihr euer Set bewertet haben wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch während dieser Zeit, also von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag Nachrichten schreiben. Ihr müsst dort dann einfach schreiben, bitte Set bewerten und dann natürlich auch, was euer Set boosten soll, damit ich da jetzt nicht ein Mix-Set bewerte, obwohl ihr eigentlich Full-Inf gehen wollt. Das kann man nicht immer perfekt nur am Set erkennen und deswegen das bitte dann auch in die Nachricht schreiben. Und ganz wichtig, Leute, ich weiß natürlich nicht, wann eure Nachricht dann in diesem Video vorkommt. Es kann sein, dass sie dann schon am Anfang, am Freitagmorgen vorkommt oder erst am Freitagnachmittag. Das bedeutet, ihr müsstet rein theoretisch, wenn ihr mir eine Set-Bewertungsnachricht schreibt, auch den ganzen Freitag dann euer Set anhaben, weil ansonsten kann es sein, dass ich dann auf eure Nachricht blicke und auf euer Set und ihr habt dann euer Forschungs-Set an oder so. Das sei ja hier auch nochmal ganz wichtig gesagt. So, und generell, das ist für mich natürlich viel interessanter, nicht nur Gildenvorstellungsnachrichten könnt ihr mir schicken, auch keine Set-Bewertungsnachrichten noch dazu, sondern bitte auch ganz normal Fragen stellen einfach zu Lords Mobile, was euch auf dem Herzen liegt. Welche Fragen ihr schon immer mal zu Lords Mobile beantwortet haben wollt, wollen, würdet, werden, wann, ihr wisst, was ich meine. Einfach die Frage senden von Donnerstag, wie gesagt, Donnerstagabend bis Freitagnachmittag und ich werde sie dann in diesem Video beantworten und nebenbei, wie gesagt, ein bisschen angreifen gehen. Das habe ich mir so überlegt. Die Videos werde ich dann über Weihnachten immer hochladen. So kann man sich dann, während man auf Geschenke wartet oder, ja, abends dann vielleicht mal noch nach dem ganzen Weihnachtsstress, was ja meistens wirklich Stress ist, vielleicht zum Entspannen, kann man sich das dann ein bisschen angucken. Das ist, denke ich, eine feine Sache. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf und, ja, nochmal kurz zusammengefasst, bitte dann von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag Nachrichten schicken über Fragen, Gildenvorstellungen oder Set-Bewertungen oder generell einfach Lords Mobile. Wenn ihr mir vor Donnerstagabend schickt oder nach Freitagnachmittag, werde ich die Nachrichten löschen und da werde ich, weil ich die Videos dann entweder noch gar nicht mache oder schon längst gemacht habe und dann bringen mir die Nachrichten natürlich nichts. So, ja, das wird auf jeden Fall auch noch kommen in diesem neuen Jahr, vor dem neuen Jahr. Was noch kommen soll ist, ich bin am überlegen, ob ich am Neujahr, am 31.12. ein Best-of, so ein bisschen Best-of 2018 hier auf dem Kanal AppGaming hochlade. Da muss ich aber mal gucken, wie das zeitlich ist. So ein Best-of soll dann natürlich auch schon halbwegs vernünftig sein. Das soll dann nicht einfach nur zwei Zähne zusammengeschnitten sein, das ist 2018 passiert, einmal blöd in die Kamera geguckt und dann hochladen das Ding, sondern dann will ich natürlich auch so mindestens 15 Minuten wirklich ein sehr schönes, auch vor allen Dingen spannendes und ansehnliches Videos für euch zusammenschneiden. Da weiß ich nicht, ob ich da dann nach diesen Videos, die ich gerade schon angekündigt habe, noch zwischendurch Zeit habe, das zu machen. Aber sollte ich Zeit finden, wird das auch noch kommen. Das sind die Videos, die euch dann jetzt im Jahr 2018 noch erwarten. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe es und dann haben wir das Jahr 2018 rum. Ich wünsche euch jetzt schon mal, auch wenn wir uns in den ein oder anderen Videos noch hören werden und auch sehen werden, zumindest ihr mich, wünsche ich euch jetzt schon mal ein besinnliches Fest, sofern ihr Weihnachten feiert. Viel Gesundheit für eure Familie und für euch und dann auch einen guten Rutsch und eine schöne Feier ins neue Jahr. Und ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao. Ciao.